Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Ihnen die Vorträge des Schilddrüsen-Updates 2009 präsentieren. Im ersten Teil werden die Cortison-Therapien bei Schilddrüsenerkrankungen behandelt, eine Zusammenfassung eines Workshops, das im Rahmen des Alpe-Adria-Symposiums 2009 in Börtschach gehalten wurde. Im zweiten Teil geht es um Schilddrüse und Schwangerschaft, die Zusammenfassung des Konsensus der verschiedenen Fachgruppen Nuklearmedizin. Die Vorträge haben im Rahmen des Schilddrüsen-Updates 2009 am 6. Juni im Schilddrüsen-Institut Gleisdorf stattgefunden. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen.